Krupp 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 Wollt alles nicht Krupp ich versteh nicht wie bei dir was mit dir? mit mir? was mit dir? da hat er schon was gesagt! ich wollte wissen was er gesagt hat was mit mir hat Achso, mit dir hat er es, ja. Jetzt muss ich mich schon von so einem 13-jährigen Pimpf beleidigen lassen, was geht denn ab? Ohne Witz, ich nehme den nachher auseinander. Ohne Scheiß. Ich sehe alles. Oh shit. Was hast du jetzt gemacht? Zweites Headset? Ja, ja. Ich hoffe für dich einfach hier, dass du nicht verlierst später. Wer ich? Na ja, mit dir. Mit dir ist das nicht so schlimm, der ist 13. Aber wenn du dir dann verlierst, ne? Ja gut, Moment, Moment, Moment. Du kennst doch diese 13-jährigen Zocker. Diese 13-jährigen COD-Zocker, die kennst du doch, ne? Die kommen von der Schule, machen ihre Aufgaben und dann zocken die COD. Bis zur Vergasung. Ja gut, du... Ich spiele ja noch andere Sachen. So macht der das aber nicht. So macht der das aber leider nicht. Achso, dann hätte ich vielleicht eine Chance. Also doch, Mok-Tern-Zocker, die... Ja, die Ene-Volkler müssen wir noch machen. Okay. Und dann, Black Ops 2. Da muss ich eine neue Playlist erstellen, das ist ja ätzend. Ja, ja. Mal, mal bitte die Dier zu. Dann kommt die Mutter hoch und nimmst, weil sie den Hörgeln ist. Ja, ja. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Ich dachte, hier immer so eine pakete Wärmigkeit, ne? Blub. Blub, blubberst du bei dir? Warum peifst du bei dir? Achso, dass du mir auch noch spaßdichst. Hey, ihr blöden Wichser. Was ist denn jetzt los? Ach du scheiße. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh, der geht's jetzt ab. Ich fass das mit, ey. Was ist hier los? Zack, auf Ermus sind sie... Alter, guck dir das an. Oh je. Egal, wer gewinnt. Egal, wer gewinnt. Du verlierst. Absolut. Auf jeden Fall. Ja, wir sind noch kass. Hey, komm. Kommt, Jungs, das gewinnen wird. Ey, warte, 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 mach deine Stimme an. Mach deine Stimme an. Mach deine Stimme an. Ich kann probieren, dass ich die rufen bin. Oh, warte, 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 warte. Jetzt. Jetzt. Ja, geht klar eigentlich. Aber wenn sie nicht da geschlittert, lachen sie auch. Hä? Ja, ledig. So, alles klar, jetzt geht's ab. Nein. Nein, ich hab's nicht verstanden. Okay. Die machen mal weg. Die machen mal weg. Ja, wei. Ich hau mal was. Ich hab's nicht weg. Wer ist der coole mit der Stimme, Alter? Was denn los ist? Nein, das ist der Kopper und der Elmar. Ja. Wer bei euch. Wie sau. Es läuft wie sau. Ja, ja. Bravo, wir sind die Sieger. Lauf zurück. Denny, was ist an hier? Teamspiel, Alter, wo läufst du nur rum? Ich nehm hier Bär ein und du mit dem Gammelschen Puff rum, oder was? Muss ich die ganze Scheiß alleine machen, oder wie? Hey? Fuck? Alter, du Pisser. Ey. Ey. Der Typ gefällt mir, man, mega. Fahr an. Voll lecker. Ein stummer, ein stummer Elmar, nur 14. Ey, scheiße, seid ihr geil drauf. Das wird doch besser. ja es ist ein er ist nicht er ist nicht aber meine Brust ich hab einen da nicht ich hab einen da nicht aber ja wie stolz ich Alter jetzt kämpft der da oben auf der Terrasse rum ey oh ihr witz das ist schon eine komplette Schiffe und was die scheiße der Kontrolle auf wen schießt der da sieht das mega aus ey hier hinten sind Vorräte von den Feinden können die haben ich beschütze die ja super und dann fliegen wir in die Luft oder was Arschloch nein das sind echte das sind echte beeilt euch achso unterwegs Alter es macht ne der helle Wahnsinn das kippt du bist da ein neuer Haus kippt die Scheiße Alter Alter wenn es leckt ist gut dann passt es schnell noch sind die Vorräte hier weit erstmal ey wer hat mal den Kegel geklaut ihr Spastis Alter ohne Witz der kann sich sein Witz in der Arsch reinstecken dieser Pimmel die sehen sich mega am aufregen weil ich hacke alter das richtig lustig wer hackt hier ja wo kommt der her der hat nen God Mode am auf was du bist ein Arsch ich hacke doch hier ich hacke doch eure Mütter ihr Spastis Alter das war meine Heli den wollen die nicht fetzen die Pisser meine Mutter fetzt dich ey ich fett deine Mutter gleich wie alt bist du ich bin 12 von nach 8 frågor in vamos gem invevin Ich bin hier der Fall. Hey, der ist sich voll am Auflegen. Alter, dann lag doch dein scheiß Magazin. Ach, du Pimmel. Du könnt nicht fexen, Alter. Ja, das war ja nicht so. Ich bin hier nicht so. Oh, du blöder Kinn. Brr. Brr. Mann. Scheiß, die Böse. In den Arsch geschossen. Das war ein perfekt-player, du Spasti. Mann, Mann, bitte, bitte hör mal, hör mal. Da, das, da kommt uns doch klar. Hör. Warte. Warte. Was wollte der jetzt, was von mir? Der ist einfach so. Ich habe nicht so, ich habe mich 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 nicht so, ich habe nicht so, ich habe mich nicht so. Oh, nee, 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 oh. Jetzt, hör. Du meinst, ey, ich hab dich von David-Hilber. Nein. Ich hab den kein Problem. warte hehehe das kann dich vercken, alter ey, du spaßte her, hoff mir meine Sprüche zu klauen, du Arsch du missgeburt, ey komm doch her, du Arsch ist das auch nicht so... Alter, wo kommt denn der Eli her? Das gibt's doch nicht. Ohne Witz. Alter, ich fick das Ding vom Himmel. Komm her. Jetzt, Alter, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich kann die Beine umgehen. Ey, ohne Witz. Das kann nicht. Was ist los? Mann, wo läuft der rum, ey? Alter, das ist ja los. Ich fick das Ding vom Himmel. Ich fick dich doch nicht. Der ist nicht am Facken. Jetzt hat der schon wieder den Heli verfickt, ey. Mann. Und der knallt mich auch schön von vorne ab. Mann, das ist ja prima. Herrlich. Der Dach ist gerettet. Fickt euch alle in den Arsch hier in den Nutten, ey. Ich muss das mal aufnehmen. Ich muss das mal aufnehmen. Alter, ich muss das mal aufnehmen. Ohne Scheiße. Das hat die wieder mal. Ja, was ist? Das ist kein Kindergartenspiel. Das ist kein Kindergartenspiel. Was ist? Alter, diese Gegner sind solche Schmulenten, ey. Immer von hinnen und immer Klickenschirm in den Arsch, den scheiß Lauf, ey. So wie du da nicht mehr eins, hä? Heile im Maul. Ey, ich weiß nicht, wie du wirklich heißt, ne, aber du mal, ey, ohne Scheiß, make my day. Du bist der Geilste. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Oh, davon gibt es noch mehr auf YouTube. Was meinst du, was ich gerade mache? Okay, alles klar. Schick mal da her und deinen Kanalnamen, ich will das auch mal wieder sehen. Oh, leid! Scheiße. Und scheiß Toasty, wie kann man sich nur Toasty nennen? Ich kann nicht nur Toasty nennen. Scheiße. Scheiße. Da ist er schon wieder, der Perksplayer, ja, der alte Motherfucker. Oh, du Scheiße, ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Na, komm mal. Alter, Danny, du stehst direkt vor mir. Warum schieße ich nur nicht? Nein, Alter, ich komme schon da hin. Ich kann mich da nicht mehr absetzen. Nein, wieder mal. Nein, das ist gleich mal scheiße. Du bist nicht mehr. Gib nix, nein, Mann. Nein, Mann. Der Spieler wird nicht mehr vergehen. Oh man, ey! Was geht von dir ab? Hörst du rumzuschreien? Ich glaube, das war auch immer so viel. Das ist so geil, das ist so geil. Ach so gut. Scheißkerl. Alter, wie fett war das denn? Ey Helmer, wir laden euch mal ein, ja? Ja, ja, okay. Oh shit, jetzt ist er weg. War das so geil! Alter, das war so geil! Ey komm, komm, stell deine Stimmnummer runter! Die wollten uns jetzt inladen, warte! Ja, Alter! Ich verlasse deine...